Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ben fragt Politiker antworten. Was wissen Sie, Herr Seehofer, was weißt du, Horst, über die tatsächliche Reichweite von Elektroautos? Fahren Sie von Berlin mit der Technik von heute, fährst du dann nach Ingolstadt. Da kommst du gar nicht an. Ein modernes Elektroauto schafft das in sechs Stunden. Ja, kommt, da darfst du aber den Radio nicht einschalten und das Licht auch nicht und so weiter und so fort. Na gut, vielen Dank für das Gespräch. Ich denke, das war wieder mal sehr aufschlussreich. Ja, servus Leute. Herzlich willkommen zu den Breaking Elektro News, der einzig wirklich seriösen Informationsquelle rund um das Thema E-Mobilität im Internet inklusive YouTube und heute mit folgenden Themen. Elektroautozulassung in Europa 2019. Kommt der Hyundai Kona Elektro mit Anhängerkupplung? Energiedichte von Akkus steigt. Mercedes fehlen Akkus für den EQC. Kurzarbeit im Audi-Werk in Brüssel. Er hält Tesla Subventionen? Die voreingenommenen Ölnachrichten. The Community Corner und Haha, I found an error. Der Zuschauer Thomas hat mir diese Übersicht über die Elektroauto- und Hybridzulassungen in Europa im Jahr 2019 zukommen lassen. Und hier kann man sehr schön sehen, dass der gesamte Markt von Tesla, in dem Fall vom Tesla Model 3, dominiert wird. Und direkt auf Platz 2 folgt dann schon die Renault Zoe. Und auf Platz 3, das war wirklich überraschend für mich, folgt dann schon der Mitsubishi Outlander PHEV, das heißt also der Plug-in Hybrid von Mitsubishi. Und dann sind es die üblichen Verdächtigen, wie immer. Man sieht aber auch, dass die Stückzahlen durchaus beeindruckend sind für das Jahr 2019. Also das Model 3 kommt auf fast 100.000 Fahrzeuge und dominiert mit einem Marktanteil von 17%. Renault Zoe 8%, Nissan Leaf 6%. Der i3 läuft auch immer noch sehr gut, deshalb wird ja BMW den auch weiter bauen mit 32.828 Neuzulassungen. Und dann der e-Golf ebenfalls mit in meinen Augen beeindruckenden Zahlen, weil der ist ja jetzt schon ein paar Jahre auf dem Markt. Und es ist auch klar, dass er ja durch den VW ID.3 abgelöst wird. Allerdings hat hier natürlich auch die Preisaktion von VW dazu beigetragen, dass der sich noch so gut verkauft hat. Und dann sind wir schon beim Kona Elektro, der in meinen Augen bei den Stückzahlen tatsächlich enttäuscht. Genauso wie der Kia e-Niro. Weil nach meiner Einschätzung sind das mit die besten langstreckenfähigen Elektroautos, die man für halbwegs annehmbare Preise aktuell kaufen kann. Was dann auch wieder positiv ist, Audi e-Tron kommt doch immerhin auf 18.483 Zulassungen. Dennoch muss man insgesamt festhalten, dass die Zulassungen im Vergleich zum Gesamtmarkt von Europa rein von den Elektroautos immer noch zu wünschen übrig lassen. Und dass wir jetzt darauf hoffen müssen, dass im Jahr 2020 vielleicht endlich der Knoten platzt. Durch die härteren Flottengrenzwerte, da muss man jetzt halt mal abwarten, wie es weitergeht. Hier die ersten Preissenkungen oder Sonderaktionen bezüglich Preisen, Umweltprämie etc. hat es ja jetzt von diversen Herstellern schon gegeben. Dann hat mir der Zuschauer Stefan eine Nachricht von Hyundai Deutschland zukommen lassen. Hierbei geht es darum, ob für den Hyundai Kona Elektro eine Anhängerkupplung zur Verfügung stehen wird. Denn in Österreich ist von dem Importeur bekannt gegeben worden, es solle eine geben, die nicht nur für Fahrradträger geeignet wäre, sondern auch zum Anhängerbetrieb. Das wird nun von Hyundai Deutschland verneint. Ich lese kurz vor. Nach Prüfung des Sachverhaltes wurde festgestellt, dass eine Anhängerzugvorrichtung für den Hyundai Kona Elektro unabhängig von der Batteriekapazität nicht freigegeben ist bzw. werden kann. Hintergrund sind nicht vermeidbare Beschädigungen am Antriebsstrang des Fahrzeuges. Das heißt also, der gesamte Antriebsstrang des Hyundai Kona Elektro ist für den Anhängerbetrieb nicht geeignet und würde dann Schaden nehmen. Ich finde es sehr bedauerlich. Ich hatte ja gehofft, es käme vielleicht eine Anhängerkupplung. Das hätte dem Hyundai Kona Elektro noch mal ein bisschen zusätzlichen Charme gegeben. Jetzt wissen wir aber zumindest, dass von offizieller Seite so eine Anhängerkupplung nicht kommen wird. Und ich gehe auch davon aus, dass auch im Zubehör dann keine solche vertrieben werden kann. Wenn man also durch eine Anhängerkupplung den Betrieb des Fahrzeugs gefährden würde bzw. die Erhaltung des Antriebsstrangs, dann wird sowas vermutlich auch niemals eine Zulassung bekommen. Der Zuschauer Albert hat mich auf einen Artikel von Inside EVs hingewiesen. Die Firma Oxys Energy hat jetzt bekannt gegeben, dass sie zukünftig eine Batterie oder einen Akku mit einer Energiedichte von 400 Wattstunden je Kilogramm verfügbar hat, also ein Programm hat. Die kann also erworben werden. Die steht zum Verkauf. Eine Version mit 500 Wattstunden je Kilogramm ist wohl im Labor schon erfolgreich getestet worden und wird dann wohl auch bald zum Kauf zur Verfügung stehen. Wobei der Zeitraum, den kann ich jetzt hier noch nicht entsprechend abschätzen. Und das weitere Ziel der Firma Oxys Energy ist es, einen Akku herzustellen, der eine Energiedichte von 600 Wattstunden je Kilogramm hat. Und wenn man das jetzt mal mit den aktuellen Energiedichten vergleicht, zum Beispiel vom Tesla Model 3, dafür habe ich mir eine Seite von e-fahrer.com herausgesucht. Dort wird eine Angabe zu den aktuellen Energiedichten bei den Akkus vom Model 3 gemacht. Die Batterie eines Tesla Model 3 hat demnach 2170 Zellen, die jeweils eine Energiedichte von 247 Wattstunden pro Kilogramm besitzen. Also mit anderen Worten, in dem Bereich Akku und Energiedichte von Akkus ist momentan einiges an Bewegung drin. Das wird also auch auf zukünftige Elektroautos sich ganz entscheidend auswirken, weil man da natürlich mehr Akkukapazität in weniger Bauraum unterbringen kann. Und ich gehe mal davon aus, dass die Reichweiten, die wir bisher gesehen haben bei Elektroautos, vornehmlich natürlich bei Tesla und auch bei Reichweiten starken Fahrzeugen anderer Hersteller, dass das erst der Anfang der Elektroautogeschichte ist. In zwei bis drei Jahren reden wir garantiert bei neu auf den Markt kommenden Fahrzeugen von ganz anderen Reichweiten als heute. Und dass das Thema Akku für die Autohersteller im Moment ein echter Flaschenhals ist und auch ein echtes Problem darstellt, sieht man hier am Beispiel Mercedes. Der Zuschauer Bernfried hat mich da auf einen Artikel von Tesla-Mark hingewiesen. Dort heißt es in der Überschrift, Tesla ist Mitschuld an Batteriemangel für Mercedes Elektroauto EQC. Und in dem Zusammenhang ist dann auch zu lesen, dass durch die Übernahme des deutschen Automobilspezialisten Chroma in Engineering durch Tesla die Versorgung mit Akkus für Mercedes wohl ja ein bisschen in Stocken geraten ist. Zumindest ist das die Aussage des Betriebsratschefs von Mercedes, beziehungsweise Daimler Michael Precht. Der hat nämlich gesagt, angefangen hat es vielleicht damit, dass ein anderer Autohersteller plötzlich das Unternehmen kaufte, dass unsere Batteriefertigung in Carmens aufbauen sollte. Also hier sieht man schon, es gibt verschiedene Abhängigkeiten. Die Hersteller sind dort auf ihre Zulieferer angewiesen. Und auch beim Aufbau von einer Batteriefertigung trifft das natürlich voll zu. Batteriezellfertigung ist ja auch nochmal ein anderes Thema. Mercedes scheint jetzt zu realisieren, dass das mit der Akkufertigung gar nicht so problemlos möglich ist und sie jetzt auch entsprechende Lieferprobleme beim Mercedes EQC bekommen. Trotzdem geht Daimler davon aus, dass im Jahr 2020 die geplanten 50.000 Mercedes EQC gefertigt werden können. Wenn man das aber mit den tatsächlichen Zahlen für 2019 vergleicht, dann sieht man schon, statt 25.000 EQC wurden angabegemäß nur 7.000 Exemplare gefertigt. Ich gehe daher davon aus, dass Daimler auch im Jahr 2020 Probleme haben wird, die gesteckten Ziele von 50.000 EQC zu erreichen. Ein kleiner Trost für Mercedes wird vielleicht sein, dass Audi mit ähnlichen Problemen kämpft. Der Zuschauer Peter hat mich da auf folgenden Artikel von elektriff.net hingewiesen. Audi kündigt Kurzarbeit im E-Autowerk in Brüssel an. Dort kommt es wohl auch zu Produktionsverzögerungen, Produktionsengpässen, da nicht ausreichende Akkus für die Produktion zur Verfügung stehen. Also es sind jetzt wohl neben dieser Kurzarbeit auch 145 Zeitarbeitsplätze gestrichen worden. Und im schlimmsten Fall könnten es insgesamt 250 Zeitarbeiter betreffen. Das hat zumindest die belgische Nachrichtenagentur Belga berichtet. Und die belgische Zeitung Le Echo wird sogar noch konkreter. Ich zitiere, Vermutlich handelt es sich um die Batteriezellen, denn die Probleme betreffen insbesondere den Zulieferer LG Cam. Und als Konsequenz daraus wird die Produktion der Audi e-Trons in Brüssel um ca. 4.100 bis 5.700 Fahrzeuge reduziert. Das ist natürlich eine Hiobsbotschaft, aber man sieht hier eindeutig die Abhängigkeit von den Batteriezellherstellern. Und das sollte doch auch ein Warnsignal für die deutschen Automobilhersteller sein, möglichst bald eine eigene Batteriezellfertigung und auch Batteriepackfertigung aufzubauen, um sich unabhängig von Zulieferern für dieses extrem wichtige Bauteil zu machen. Es gibt ja auch eine entsprechende Förderung des Bundes zum Thema Batteriezellfertigung. Man möchte also diese Wertschöpfung auch in Deutschland behalten. Und davon können die jetzt vielleicht sogar Tesla profitieren. Denn der Zuschauer Peter hat mich darauf hingewiesen, dass es jetzt Gerüchte gibt, dass Tesla wohl Subventionen für die Batteriezellfertigung in Deutschland beantragt hätte. Das ist wie gesagt erstmal nur ein Gerücht, aber ich gehe mal davon aus, dass da was dran sein wird. Denn mit dem Neubau der Gigafactory 4 hat ja Tesla jetzt alle Möglichkeiten, die Produktion so gestalten, wie sie sich das im Idealfall vorstellen. Und im Idealfall wird man sicherlich vor Ort auch Batteriezellen und Batteriepacks herstellen können, um so auch nochmal die Betriebsabläufe und Produktionsabläufe zu optimieren. Das Bundeswirtschaftsministerium wurde von der Wirtschaftszeitung gefragt, ob daran was dran sei. Das Ministerium wollte aber keine konkreten Angaben dazu machen, hat aber darauf hingewiesen, dass auch ausländische Investoren diese Förderung, diese Subventionen beantragen können. Und das sind für mich alles so Indizien, die darauf hindeuten, ja da ist was dran und Tesla wird in Deutschland, so hoffe ich zumindest zukünftig, auch Batteriezellen und auch Batteriepacks fertigen. Ja und da kommen jetzt auch schon die voreingenommenen Ölnachrichten. Heute habe ich mal keine Ölverschmutzung rausgesucht, sondern mal wieder eine weltpolitische Nachricht zum Thema Erdöl und Erdölvorkommen. Und zwar diesmal eine Meldung vom Deutschlandfunk. Ich lese mal vor. Die türkische Regierung und die international anerkannte Regierung in Tripolis haben eine Vereinbarung zur Ausbeutung der Öl- und Gasvorkommen im Mittelmeer getroffen, an Griechenland vorbei und ohne geltendes Seerecht zu beachten. Die griechische Regierung wehrt sich. Hier geht es also darum, wer in welchem Küstenbereich und Meeresbereich die vermuteten oder die tatsächlich bestätigten Erdölvorkommen im Mittelmeer ausbeuten darf. Und man sieht, hier könnte es auch zu einigen Konflikten kommen, denn Konfliktpotenzial ist augenscheinlich ausreichend vorhanden. Der griechische Energieminister Kostis Hatzidakis, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, lässt verlauten, es wurden mehr als zehn Blocks festgesetzt, in denen gebohrt werden darf. Im Ionischen Meer, aber auch südwestlich von Kreta und auf dem griechischen Festland. Die erste Ölförderung ist für den Herbst 2020 geplant. Und zum besseren Verständnis muss man auch die Aussage dann von Fotini Patsarzi noch berücksichtigen und zur Kenntnis nehmen. Das ist die Leiterin des Instituts für Völkerrecht an der Universität Athen. Die Dame sagt, die Rechte der Länder in den verschiedenen Zonen vor ihrer Küste regelt das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen aus dem Jahr 1982. Die Türkei hat dieses Abkommen zwar nicht ratifiziert, viele der dort enthaltenen Regelungen sind aber sogenannte gewohnheitsrechtliche Regelungen. Sie gelten für alle Staaten. Das Abkommen der Türkei mit Libyen aber teilt das Mittelmeer so auf, als würden Inseln wie Kreta, Rhodos und Karpathos keine eigenen Meereszonen besitzen. Das ist völkerrechtlich nicht haltbar. Man sieht also, da wird es jetzt auch einigen Streit zu dem Thema geben. Davon bin ich fest überzeugt, weil es geht um ganz viel Geld. Und das ist auch wieder ein weiterer Grund für mich zu sagen, lasst uns aus dem Verbrennen von wertvollen Rohstoffen möglichst schnell aussteigen. Und wenn Öl an Bedeutung verliert, dann wird es auch solches Konfliktpotenzial nicht mehr geben. Denn dann wird das Fördern von Öl natürlich auf Dauer uninteressant. Dann habe ich natürlich auch wieder die Liste der brennenden Verbrenner gepflegt. Da vielen Dank an den Christoph, den Heiner, den Tino, den Mario, den Siegfried, den Markus und den Carlos. Die haben ja also wieder entsprechende Links zu verbrennenden Verbrennern aus den Lokalnachrichten geschickt. Denn deutschlandweit oder gar weltweit macht ein brennender Verbrenner keine Schlagzeilen, während ein brennendes Elektroauto ja wirklich weltweit durch die Medien getrieben wird. Und deshalb pflegen wir diese Liste weiter und ich freue mich über jede Einsendung von euch. Ja, und da kommt jetzt schon The Community Corner. Der Zuschauer Markus hat mir freundlicherweise dieses Foto wohl von Deichmann, wenn ich das D da oben rechts in der Ecke richtig deute, zugeschickt. Und zwar von Schlappen. Das sieht für mich aus wie ein Punkt, Punkt, Punkt Haufen. Er meinte also, das sei etwas für meine Schlappen-Cam. Ich werde also demnächst vielleicht mal bei Deichmann vorbeischauen und mal gucken, ob die diese Hausschuhe noch im Angebot haben, weil ich finde die durchaus auch recht ansprechend. Markus, vielen Dank für den Hinweis. Ich werde das in Erwägung ziehen. Und dann möchte ich euch noch auf eine Fahrt hinweisen, die ich heute am Donnerstag unternehme. Ich fahre also von Fulda nach Lübeck und wieder zurück. Werden insgesamt etwas über 1000 Kilometer wohl werden. Und ich werde zwischendrin auch wieder Livestreams machen. Und ihr könnt mir per GPS auf einer Internetseite folgen, wo ich gerade bin. Wenn euch das interessiert, wenn ihr Langeweile habt, haltet Ausschau nach den Livestreams und guckt vielleicht auch mal, wo meine Position auf der Karte dann entsprechend ist. Link dazu findet ihr sowohl unter dem Livestream als auch hier im Video zu den Breaking Electro News. Ja, und da kommt jetzt schon... Ha ha, I found an Error. Im Gegensatz zur letzten Ausgabe der Breaking Electro News hat diesmal auch wieder ein Zuschauer was eingesandt zu einem angeblichen Error in der letzten Ausgabe der Breaking Electro News. Wir wissen natürlich alle, dass das eine unberechtigte Feststellung von dem Tino ist. Dennoch, wir sind open-minded in der BIN-Redaktion und werden uns dieses angeblichen Errors auch annehmen. Er schreibt also hier, ha ha, I found an Error bei 5.25.2015. Wir schauen mal in die letzte Ausgabe bei rund 5.25 rein. ...sollen bis zum Jahr 2015 dort im Einsatz sein. So, also man sieht eindeutig, der Anchorman der Breaking Electro News, in dem Fall also ich, hat eindeutig 2015 gesagt und es ist aber 2022 gemeint. Ich muss hier kurz ausholen, warum die Redaktion sich entschieden hat, hier den Text so zu gestalten, dass nicht 2022 zu sagen war, sondern 2015. Das hat natürlich auch einen ganz offensichtlichen Hintergrund und ich hätte jetzt gedacht, dass der Tino den auch sofort erkennt. Hierfür eine kurze Info von der Presse Augsburg. Der Entwicklungsminister schlägt neuen EU-Afrika-Pakt vor. Ich lese kurz vor, der europäische Green New Deal darf nicht nur nach innen gerichtet sein, sondern muss mit einem EU-Afrika-Pakt einen neuen Jahrhundertvertrag mit dem afrikanischen Kontinent begründen. Und wir als BEN-Redaktion, ich als BEN-Anchorman, wollten diese Aktion, diesen neuen EU-Afrika-Pakt unterstützen und unsere Solidarität zum Ausdruck bringen und hoffen, dass damit die Situation der Menschen in Afrika sich verbessern kann und haben deshalb als Referenz für diese Aussage den äthiopischen Kalender zugrunde gelegt. Denn das Jahr 2022 ist im äthiopischen Kalender 2014 bis 2015. Das ist natürlich offensichtlich und ich gehe davon aus, dass 99% aller Zuschauer sofort gedacht haben, ja, da ist der Link EU-Afrika-Pakt, äthiopischer Kalender. Das hat die BEN-Redaktion bzw. der Michael mit der Aussage 2015 gemeint. Also, lieber Tino, du siehst, in diesem Fall gilt auch wieder ganz zweifelsfrei. Es handelt sich um keinen Error, das heißt, die Breaking Electro News sind weiterhin fehlerfrei und absolut perfekt. Ja, und an dieser Stelle möchte ich mich auch wie immer bei allen Zuschauern bedanken, die mir Mails haben zukommen lassen, seien es brennende Verbrenner oder seien es Schlappen für die Schlappencamp. Ich freue mich über jede einzelne Zuschrift, lese auch jede einzelne, kann aber aufgrund der Menge nicht mehr auf jede einzelne Nachricht antworten. Schickt mir aber bitte weitere entsprechende Mails, auch gerne mit Fotos von Fahrzeugübergaben oder zu sonstigen Themen rund um das Thema E-Mobilität, auch wenn ihr einen Elektroroller habt, was auch immer. Ich freue mich da wirklich über jede Einsendung. Ja, ansonsten soll es das schon für die heutige Ausgabe der Breaking Electro News gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder Kritik, wie immer unten gerne in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und lasst auf jeden Fall ein Abo da, denn die Breaking Electro News sind, wie ihr alle wisst, die einzig wirklich seriöse Informationsquelle rund um das Thema E-Mobilität im Internet inklusive YouTube.